Carland ist die Bezeichnung für Bruderschaften wohlhabender Bürger zur Verrichtung guter Werke, die im Mittelalter in vielen Städten verbreitet waren. Das Wort Carland ist von dem lateinischen Wort Calendee abgeleitet. Es bedeutet den ersten Tag eines Monats und bezieht sich auf den Brauch der Mitglieder eines Carlands, sich regelmäßig an diesem Tag zu treffen. Geschichte Carlands Bruderschaften wurden seit dem 9. Jahrhundert in Städten Mitteleuropas von Frankreich bis hin nach Ungarn gegründet. Sie setzten sich aus männlichen und weiblichen Mitgliedern des wohlhabenden Bürgertums zusammen und unterschieden keine Standesformen oder weltliche und geistliche Herkunft. Ein Carland bestand aus sechs bis zwölf Priestern und weiteren Laien. Er hatte jeweils seine eigenen, von den Bischöfen der jeweiligen Diözese bestätigten Statuten. Deschamps und Kemmerer wurden aus den Mitgliedern gewählt und hatten über Einnahme und Ausgaberechnung zu führen und für die Einhaltung der Statuten zu sorgen. Zweck der Zusammenkünfte des Carlands war das gemeinschaftliche Gebet an gestifteten Altären und die gemeinsame Verrichtung wohltätiger Werke an Armen und Kranken. Die Carlande gedachten außerdem gemeinschaftlich ihrer verstorbenen Mitglieder. Die Feierlichkeiten begannen in der Kirche mit der Abhaltung der Vigilien und Seelenmessen und einer Prozession. Zu Ostern wurde das symbolische Fußwaschen von Greisen und Greisinnen der Armen begonnen und mit einer Brotverteilung abgeschlossen. Die Treffen wurden mit einer opulenten Mahlzeit beendet. In vielen Städten besaßen die Bruderschaften eigene Häuser für ihre Treffen. So wurde 1491 dem Warburger Karl And ein ehemaliger Adelshof die Curia Romana gestiftet. 1541 bestand in Geithain eine Carlandstube an der Nikolai-Kirche, die noch heute im Museum des Pfarrhauses zu besichtigen ist. Die Carlandsbrüder in Chemnitz nannten sich auch Fraternitas Corporis Christi. In Herford hatte der Karl And eine eigene Glocke im Herfordermünster, die aus der Zeit um 1200 stammt. Im späten Mittelalter wurden mit dem wachsenden Wohlstand der Mitglieder die Treffen immer üppiger. Dadurch wandelte sich die Kurzbezeichnung Karl And über Kolund schließlich zu Kolund, einem Schimpfwort für Zechbruder oder Prasser. In der Reformationszeit kam es zu wachsender Kritik an dem Verhalten der Karl Andsbruderschaften und führte in protestantischen Ländern zu deren Auflösung. Davon berichtet auch eine unter der Ägde des Leipziger Professors Joachim Fähler verfasste Dissertation. Die Kalender aber waren Häuser, darin die geistlichen Bier ausschenken ließen und da die geistlichen Fratres ihre Zechen zu halten pflegten. Daher man noch immer von den trunken Beulen zu sagen pflegt, er kahlen der die ganze Woche hindurch. Im katholisch gebliebenen Westfalen wurde ein Drittel der Bruderschaften erst im 19. und 20. Jahrhundert beendet. Der große Karland in Münster und der Karland in Neuenherse bestehen noch heute. In Lübeck gibt es noch eine Karlandsschule und einen Karlandsgang. Bekannte Karlandsbruderschaften. Das Datum bezeichnet die jeweils früheste urkundliche Erwähnung. Die Gründung kann jedoch früher liegen.